Und zurück zu Nightwalker. Fassen wir nochmal zusammen. Wir lebten in einem Dörfchen, unsere Mutter war krank, unser Vater zog hinaus, um Kräuter zu holen, doch er kehrte eine lange Zeit nicht zurück. Unsere Aufgabe bestand darin, einer Gruppe von Leuten zu helfen, irgendwelche haarigen Viecher in einer Höhle zu erledigen, doch wir kamen leider zu spät. Wir konnten noch einige von ihnen erledigen, doch denjenigen, auf den wir aufpassen sollten, der überstand es leider nicht. Als wir uns wieder nach Hause kehrten, ereilte uns die Botschaft, dass unser Vater verstorben sei. Das Kräuter konnte er auch nicht zurückbringen und unglücklich, zutiefst in der Trauer, es waren wir und auch unsere Mutter verstarb durch diese Nachricht und vielleicht auch, weil die Kräuter fehlten. Wir wollen nun unseren Vater suchen, denn wir glauben nicht, dass er verstorben ist. Doch nun, in einer Quest nebenbei, sind wir in eine Höhle gekommen, wo wir ein Schattenwesen vernichten mussten. Und nun müssen wir schnell aus dieser Höhle heraus, denn es erholt sich nur. Ich sollte schnell wie möglich heraus, bevor die Zing-Jakon überwältigt hat. Was ist das? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Äh... Äh, okay. Aha, da muss ich schnell nochmal in irgendeine Richtung drücken. Ach. Raus hier. Das heißt, äh, dieser... Jakon... ...hält das Vieh zurück. Damit wir in Sicherheit sind. Es hat die Höhle zum Einschutz gebracht. Nein! Ich konnte ihn nicht retten. Ich habe versagt. Schon wieder. Das wird mir nicht noch einmal passieren. Es... Es ist schon dunkel. Ich bin total am Ende. Ich brauche jetzt dringend ein warmes Bett. Zum Glück ist der goldene Fuchs nicht mehr weit entfernt. Hoffen wir, dass das kein Monster ist. Sondern wirklich ein... ...Rasthaus. Ah, das ist jetzt alles sehr ärgerlich. Bis jetzt konnten wir... ...niemanden retten. Doch der Spieler konnte nichts dafür. Das hat die Story so vorgegeben. Unsere Mutter tot. Unser Vater tot. Vermeintlich tot. Wir konnten diese... ...halb im Sterben liegenden Dame auch nicht helfen. Ups. Die uns sagte... Jakun sei in Gefahr. Naja. Weil wir zum goldenen Fuchs. Gut, dann gehen wir zum goldenen Fuchs. Doch ich bin mir sicher... ...unser Vater lebt noch. Ja. Er muss leben. Und ich muss diese Truhe öffnen. Ein paar verbauchte Wanderschuhe halten. Verbraucht oder nicht. Besser als... ...nichts. Hm, Wanderschuhe. Dann versinkt unsere Verteilung. Aber unsere Beweglichkeit steigt... ...in... ...großem Maße. Ähm... Ich würde sagen, wir... ...legen die... ...Wanderschuhe an. Ja. Ähm... Ich hätte jetzt gerne Cola. Zum Glück ist es bis zum goldenen Fuchs nicht mehr, weil ich baue dringend ein Wormesbett, um die Ereignisse zu verarbeiten. Ja. Wo lang geht es? Wo lang geht es? Ich kann einfach nicht mehr. Naja. Ja, der Silberrücken ist eine Gebirgskette, wie es aussieht. Ähm... Gut, dann... ...müsste der Silberne Fuchs... ...hier irgendwo sein. Wir haben diesem Abenteurer allerdings immer noch nicht seinen Haarpunkt zurückgebracht. Konnten wir bisher auch nicht. Wir haben auch das Medaillon noch nicht gefunden, welches er uns gegeben hat. Äh... ...geben wollte. Ich denke, ich werde nachher nochmal zurückkehren ins Dorf. Denn diese 200 Tane, die wir angeblich haben, haben wir auch nicht. Ich habe sie gar nicht kommen hören. Ich war so im Gedanken vertieft. Was darf es denn sein? Ich hätte gerne ein Zimmer für die Nacht. Hallo? Ich habe kein... Ich habe kein einziges Cent? Oder... Ach ja, das kann natürlich auch sein, dass das seine Privatersparnisse sind, die... ...extra für die Main Quest ist. Äh... Stimmt. Was ist mit dieser Freundin passiert? Das ist ja so verwirrend. Vater, wo bist du? Angeblich tot. Vielleicht aber auch nicht. Du-du-du-du... Wer ist das? Wer dringt in unser Heim ein? Ein Räuber. Ich wette, es ist ein Räuber. Stär auf. Stär auf. Stär auf. Stär auf. Ach, ich habe es mir noch gedacht. Ein Sack voll Geld am Ende des Regenbogens. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das hier tue. Und wir können nur zusehen. Ich bin nur das Zimmermädchen. Ich mache bloß sauber. Zimmermädchen. Mädchen. Ah, steckt noch nicht etwa unter einer Decke. Hier geblieben. Ihr Hunsschweine. Ich speichere erst mal. Ich kriege euch. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Aber warum haut der Hotelbesitzer mit ab? Er hätte doch einfach alles abstreiten können und sagen, oh... Tut uns leid, aber wir haften nicht. Vielleicht erst nach Hause ja mit ab. Macht sich selbst mitverdächtig. Ziemlich blöde Strategie. Tja, dann gehört jetzt einfach das Hotel mir. Apropos Verbrecher. Wir sollen noch diesen einen Typen töten, der sich über die Tür lustig gemacht hat. Das Dämon-Tor. Hm, 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 hm. Hm, hm. Richard. Richard. Was ist mit dir passiert? Diese. Diese Wahnsinn. Gestern sind sie hier angekommen, haben nach einem Zimmer verlangt. Woher sollte ich auch wissen, dass ich soeben mörderischen Bestien die Herkunft in meinem eigenen Heim erlaubt hatte? Sie sind in der Nacht in mein Zimmer eingebrochen und haben mich überwältigt. Sie haben mich gefesselt und gepnebelt. Dem Kaiser so zu sagen, dass ihr hier gekommen seid, um mich zu retten. Das bringt mein Geld aber auch nicht zurück. Was kann dieser Richard jetzt dafür? Aber ich habe eine Information, die Ihnen möglicherweise behilflich sein könnte. Ich glaube, ich habe die beiden schon einmal gesehen. Es war vor langer Zeit. Damals. Raus damit. Ich habe sie schon einmal im Festtum gesehen. Wenn ich mich nicht alles täusche. Haar-Festtum, da müssen wir sowieso hin. Also, vielen Dank. Trotzdem kann ich nicht mit nacktem Oberkörper hinaus. Barbaren? Sehe ich genauso. Wir sind ein Barbar. Am nächsten Morgen. Ich bin nicht verließen wahnsinnig weg. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich mir diese Einbrecher schnappe. Genau. Doch zuerst werden wir einen Mord begehen. Also, hin. Zurück. In unser Heimatstädtchen. Und nach diesen 200 Teilern werde ich wohl nicht mehr suchen. Die werden wir wahrscheinlich nicht erhalten. Och man. Können wir nicht zurück. Ich wollte diesen Typen noch töten. Och, also in Gratlinigkeit ist das kaum zu übertreffen. Jetzt bin ich echt enttäuscht. Och komm, Leute, ein bisschen. Och man. Ein bisschen Buddelkasten spielen. Bitte, Leute. Auf ins Gebirge. Die kargen, grauen Felswände scheinen eckliges Licht zu schlucken. Und alles Leben verliert seine Farbe. Ja, genau wie ich. Der jetzt enttäuscht ist, dass er keinen Mord begehen darf. Aber ein bisschen mehr Buddelkasten. Wäre echt toll. Ein unglaubliches Gefühl der Erinsamkeit. Droht Reno zu übermanen. Doch das ist ja schon so ein Weg fort. Und ja. Ups. Und unseren Weg setzen wir dann auch im nächsten Video fort. Und bis zum nächsten Mal. X-Play wäre toll.